Das ist das Ergebnis für das Gespann von Sven Ginkinger. Es sind jetzt diese 20,2 Strafpunkte von 8,2 für das Überschreitungsverlauf im Zeichen. 153,40 Sekunden. Als nächstes am Start für die Schweiz. Wir begrüßen Celine Barmettler, gespart Nummer 14, mit Alma Hardy und Nilo. Nächste Kompetitor, Team Number 14, Starting for Switzerland. Wir begrüßen Sie auf die Schweiz. 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 Sie hat eine neue Reihe. Sie haben eine neue Reihe. Sie haben eine neue Reihe. Sie haben eine neue Reihe. Ich weiß nicht, warum ich das mal habe. Der ist in den Minuten 2.0 Uhr, aber ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017